Häufige Probleme mit dem Samsung Galaxy A15 und wie man sie behebt. Heizungsproblem bei Ihrem Samsung Galaxy A15. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihr Samsung Galaxy A15 Smartphone überhitzt. Dies ist ein häufiges Problem, das mit einigen Modifikationen gelöst werden kann. Wie behebe ich ein Problem mit der Heizung beim Samsung Galaxy A15? Nachdem das Telefon vollständig aufgeladen ist, trennen Sie es vom Telefon. Es führt häufig zu Überhitzungsproblemen. Achten Sie darauf, eine dünne Rückabdeckung zu verwenden. Die Verwendung einer dicken Rückabdeckung kann zu einer unzureichenden Belüftung Ihres Telefons und zu Problemen mit der Erwärmung führen. Spielen Sie keine Spiele, während Ihr Telefon aufgeladen wird. Und verwenden Sie Ihr Telefon während des Ladevorgangs nicht zu oft. Verwenden Sie zum Laden Ihres Samsung Galaxy A15 Smartphones immer das Original-Ladegerät. Der Hauptgrund für eine Überhitzung des Telefons ist stundenlanges Spielen. Es ist ein häufiges Problem bei fast allen Smartphones. Installieren Sie keine nicht unterstützten Apps und Spiele auf Ihrem Telefon. Es führt häufig zu Überhitzungsproblemen. Halten Sie Ihr Telefon immer auf dem neuesten Stand und aktualisieren Sie alle Ihre Apps. Regelmäßig lassen Sie niemals zu, dass der Speicherplatz Ihres Telefons voll wird. Aus diesem Grund kann es sein, dass Ihr Telefon träge wird und Probleme mit der Erwärmung verursacht. Manchmal kann es aufgrund der hohen Temperatur in Ihrer häuslichen Umgebung zu Problemen mit der Heizung kommen. Laden Sie Ihre App immer aus dem Google Play Store herunter. Oftmals können aus dem Internet heruntergeladene Anwendungen zu Problemen mit der Heizung führen. Wenn Ihr Akku sehr alt und nicht in gutem Zustand ist, ist dies auch der Hauptgrund für die Überhitzung des Samsung Galaxy A15 Smartphones. Mit den oben genannten Schritten stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon nicht überhitzt. Wenn dieses Problem jedoch weiterhin besteht, wenden Sie sich sofort an das Service Center und lassen Sie es beheben. Schlechte Akkulaufzeit beim Samsung Galaxy A15 Wenn der Akku Ihres Samsung Galaxy A15 schnell leer wird, können Sie diese Schritte befolgen. Indem Sie die folgenden Schritte ausführen, können Sie feststellen, was das Problem auf Ihrem Smartphone verursacht. Wie können Sie eine schlechte Akkulaufzeit Ihres Samsung Galaxy A15 beheben? Schalten Sie GPS immer aus, wenn GPS nicht benötigt wird. Wenn Sie Apps wie Phone Cleaner installiert haben, entfernen Sie diese. Diese Apps laufen im Hintergrund und verbrauchen den Akku Ihres Telefons. Laden Sie niemals Apps außerhalb des Play Store herunter. Diese Apps enthalten möglicherweise Malware, die im Hintergrund Ihres Telefons ausgeführt wird und zu Problemen mit der Akkuentladung führt. Versuchen Sie immer, Ihr Telefon in den allgemeinen Einstellungen zu verwenden. Verwenden Sie Ihr Samsung Galaxy A15 nicht in benutzerdefinierten Einstellungen. Dies könnte der Grund für eine schlechte Akkulaufzeit sein. Wenn der Akku Ihres Telefons stark entladen ist, versuchen Sie, den Akku auszutauschen. Die Verwendung des Samsung Galaxy A15 bei hohen Bildschirmhelligkeitseinstellungen kann dazu führen, dass der Akku schnell entladen wird. Wenn Sie mehr Spiele spielen, dürfte dies auch der Grund dafür sein, dass der Akku schnell leer wird. Überprüfen Sie, ob nach der Installation von Apps auf Ihrem Telefon Probleme mit dem Akku auftreten. Wenn Sie eine App installieren, die behauptet, dass Sie die Batterieunterstützung Ihres Telefons erhöht, deinstallieren Sie sie. Wenn Sie Ihr Telefon über mehrere Stunden im Energiesparmodus belassen, wird der Akku ebenfalls schnell entladen. Wenn das Problem mit dem Akku weiterhin besteht, nachdem Sie die oben genannten Schritte ausgeführt haben, versuchen Sie, Ihr Samsung Galaxy A15 auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Nachdem Sie die oben genannten Schritte befolgt haben, bin ich zuversichtlich, dass Ihnen dieses Problem nicht noch einmal begegnen wird. Wenn weiterhin Probleme auftreten, wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Smartphones und befolgen Sie die Anweisungen. Schwerfällige oder träge Benutzeroberfläche auf Ihrem Samsung Galaxy A15. Spüren Sie, dass die Benutzeroberfläche Ihres Telefons langsam und träge ist? Wenn ja, finden Sie hier die Komplettlösung für Ihr Gerät. Bitte lesen Sie alle Schritte sorgfältig durch, bevor Sie es auf Ihrem Telefon anwenden. Wie beheben Sie Verzögerungen auf Ihrem Samsung Galaxy A15 Android-Gerät? Wenn Sie auf Ihrem Telefon eine Antiviren-App oder eine unerwünschte Reinigungs-App verwenden, deinstallieren Sie diese. Manchmal kann das Routen zu Problemen führen. Wenn Sie Ihr Gerät also routen, stellen Sie sicher, dass Sie das Routen aufheben. Stellen Sie sicher, dass der interne Speicher Ihres Telefons über ausreichend Speicherplatz verfügt. Wenn auf Ihrem Telefon bald kein Speicherplatz mehr vorhanden ist, geben Sie etwas Speicherplatz frei, und Ihr Samsung Galaxy A15 wird wieder normal funktionieren. Schließen Sie Ihr Telefon an einen PC, Laptop an und scannen Sie es mit QuickHeal oder einer anderen zuverlässigen Antiviren-Software. Der Virus wird von Ihrem Telefon entfernt. Aufgrund der langsamen Internetverbindung kann es oft zu langsamen und trägen Erlebnissen kommen. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Nachdem Sie die oben genannten Schritte ausgeführt haben, gehen Sie zu Einstellungen größer als System, größer als Optionen zurücksetzen, größer als wählen Sie, alle Daten löschen. Werks Reset Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Telefon nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen viel schneller funktioniert, als zuvor. Nutzlose Apps Deinstallieren Sie sie Manchmal kann die Verwendung eines benutzerdefinierten Designs auf Ihrem Telefon dazu führen, dass die Leistung Ihres Telefons langsamer wird. Wenn Sie kürzlich einen Launcher eines Drittanbieters auf Ihrem Samsung Galaxy A15 installiert haben, könnte dies die Ursache für dieses Problem sein. Sie können es deinstallieren und zum Standard-Design zurückkehren. Führen Sie einen grundlegenden Neustart Ihres Geräts durch und prüfen Sie, ob das Problem behoben ist oder nicht. Überprüfen Sie, ob auf Ihrem Telefon die neueste Android-Version ausgeführt wird. Wenn nicht, aktualisieren Sie Ihr Telefon auf das neueste verfügbare Betriebssystem. Aktualisieren Sie alle Ihre Apps, sobald Updates verfügbar sind. Ich habe alle möglichen Lösungen zur Behebung von Verzögerungsproblemen beim Samsung Galaxy A15 besprochen. Kameraprobleme beim Samsung Galaxy A15 Samsung hat bei seinem neuen Samsung Galaxy A15 Kameraprobleme. Die Kamera des Telefons schaltet sich zufällig ab und es ist nicht klar, warum. Sie können die folgenden Schritte ausführen, um das Problem zu beheben. Wie behebt man Kameraprobleme auf Ihrem Samsung Galaxy A15? Es gibt einen Fehler im Android-Betriebssystem, der dieses Problem verursacht. Sie müssen auf das offizielle Update von Samsung warten, bevor Sie das Problem beheben können. Wenn Sie Probleme mit Ihren Kameraeinstellungen haben, kehren Sie einfach zu den Standardeinstellungen zurück. Um das Beste aus Ihrer Kamera herauszuholen, aktivieren Sie die Bildstabilisierung. Leeren Sie den Cache der Kamera-App und versuchen Sie erneut, ihn zu öffnen. Wenn weiterhin Probleme auftreten, für eine bessere Bildqualität können Sie die HD-Option in der Kamera-App aktivieren. Wenn Sie Änderungen an den Kameraeinstellungen vorgenommen haben, kehren Sie zum Standardmodus zurück und prüfen Sie, ob das Problem behoben ist. Entfernen Sie die Display-Schutzfolie von Ihrem Telefon und prüfen Sie, ob das Problem dadurch behoben wird. Reinigen Sie außerdem das Kameraobjektiv des Samsung Galaxy A15, um Probleme mit verschwommenen Fotos zu beheben. Das Samsung Galaxy A15-Telefon schaltet sich unerwartet ab. Dieses Problem tritt sehr häufig bei Android-Smartphones auf. In diesem Fall schaltet sich Ihr Telefon plötzlich aus. Wenn bei Ihrem Samsung Galaxy A15-Smartphone das gleiche Problem auftritt, Sollten Sie die folgenden Schritte in Betracht ziehen. Wie kann ein plötzliches Herunterfahren des Samsung Galaxy A15 behoben werden? Überprüfen Sie zunächst, ob der Akku Ihres Samsung Galaxy A15 einwandfrei funktioniert oder nicht. Um dies zu erreichen, gehen Sie zum Wählprogramm Ihres Telefons. Geben Sie Sternchen-Raute-Sternchen-Raute 4636-Raute-Sternchen-Raute-Sternchen ein und wählen Sie. Jetzt können Sie die Batterieinformationen sehen. Wenn Ihr Telefon überhitzt, kann dies auch der Grund dafür sein, dass Ihr Telefon plötzlich abschaltet. Verwenden Sie keine sperrigen Rückabdeckungen. Dies kann aufgrund unzureichender Belüftung zu Heizproblemen führen. Überprüfen Sie, ob im internen Speicher Ihres Telefons noch Platz ist. Wenn nicht, könnte dies der Grund für das unerwartete Herunterfahren sein. Wenn das Problem weiterhin besteht, nachdem Sie die oben genannten Schritte ausgeführt haben, führen Sie einen Werksreset des Samsung Galaxy A15 durch. Es wird definitiv Ihre Probleme lösen. Wenn Sie die Schritte befolgen, wird das Problem mit dem plötzlichen Herunterfahren Ihres Samsung Galaxy A15 definitiv behoben. Wenn dieses Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr Telefonservice-Center und lassen Sie es beheben. Der Bildschirm des Samsung Galaxy A15 ist eingefroren oder hängt fest. Dieses Problem kann beim Spielen, beim Ausführen von Aufgaben oder beim Tätigen von Anrufen auftreten. Dieses Problem wird hauptsächlich durch wenig RAM auf Ihrem Android-Telefon verursacht. Befolgen Sie diese Schritte, um dieses Problem zu beheben. Wie behebe ich einen eingefrorenen oder hängen gebliebenen Bildschirm auf dem Samsung Galaxy A15? Suchen Sie zunächst nach Android-Updates auf Ihrem Smartphone. Wenn ein Update jetzt verfügbar ist, aktualisieren Sie es sofort. Wenn sich auf Ihrem Telefon Apps befinden, die Sie nicht verwenden, deinstallieren Sie diese oder stoppen Sie sie zwangsweise. Starten Sie Ihr Samsung Galaxy A15 im abgesicherten Modus neu und warten Sie, ob das Problem behoben ist. Wenn nicht, starten Sie Ihr Telefon normal neu und entfernen Sie die App, die das Problem verursacht. Manchmal kann es zu Problemen mit dem Einfrieren des Bildschirms kommen. Wenn Ihr Telefon über wenig Speicher oder weniger Speicherplatz verfügt. Wenn dieses Problem bei der Verwendung einer App auftritt, gehen Sie bitte wie folgt vor. Gehen Sie zu Apps größer als alle Apps anzeigen, größer als wählen Sie die App aus, mit der Sie Probleme haben. Und lehren Sie den Cache. Die letzten Schritte bestehen darin, Ihr Samsung Galaxy A15 Smartphone auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Es kann alle Ihre Probleme lösen. Die Hauptursache für dieses Problem ist der Arbeitsspeicher. Ich hoffe, dass Sie dieses Problem lösen können, nachdem Sie die obigen Anweisungen befolgt haben. Das Öffnen von Apps ist auf dem Samsung Galaxy A15 langsam. Sie haben sicher schon oft gesehen, dass sich viele Anwendungen sehr langsam öffnen. Dieses Problem tritt bei allen Telefonen auf. Wenn dieses Problem Ihr Telefon erreicht hat, führen Sie die folgenden einfachen Schritte aus. Wie kann ich das langsame Öffnen von Apps auf dem Samsung Galaxy A15 beheben? Stellen Sie zunächst sicher, dass im internen Speicher Ihres Telefons genügend Speicherplatz vorhanden ist. Wenn nicht, löschen Sie einige Papierkorbdateien und überprüfen Sie sie. Dieses Problem tritt häufig aufgrund einer falschen RAM-Verwaltung Ihres Telefons auf. In diesem Fall können Sie die RAM-Booster-App verwenden. Es wird Ihnen bei der Gesamtleistung Ihres Geräts helfen. Überprüfen Sie, ob Sie Mod-Apps oder Spiele auf Ihrem Gerät installiert haben. Wenn Sie es installiert haben, entfernen Sie es sofort von Ihrem Samsung Galaxy A15. Wenn das Problem in allen Apps auftritt, sollten Sie Ihr Telefon neu starten und überprüfen. Damit sind die Erfolgsaussichten größer. Verwenden Sie die Lite-Version der App. Dadurch wird die RAM-Nutzung reduziert und die Öffnungszeit der Anwendung verkürzt. Wenn dieses Problem weiterhin besteht, sollten Sie Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn dieses Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Apps und Spiele stürzen auf Ihrem Samsung Galaxy A15 plötzlich oder unerwartet ab. Wenn Sie eine App oder ein Spiel öffnen und diese plötzlich geschlossen wird, handelt es sich um ein häufiges Problem, das durch Befolgen der folgenden Schritte behoben werden kann. Wie kann man plötzliche App-Abstürze auf dem Samsung Galaxy A15 beheben? Gehen Sie zunächst zu Einstellungen größer als Apps und suchen Sie die App, die das Problem verursacht. Wählen Sie die Anwendung aus und löschen Sie die Daten. Überprüfen Sie, ob der interne Speicher Ihres Telefons über mindestens ein Gigabyte Speicherplatz verfügt. Deinstallieren Sie die App, mit der Sie das Problem haben, und installieren Sie sie erneut. Das Problem mit dem App-Absturz wird behoben. Stellen Sie sicher, dass Sie die App auf die neueste Version aktualisieren. Wenn Sie den Energiesparmodus oder den abgesicherten Modus aktivieren, stellen Sie sicher, dass Sie ihn deaktivieren. Scannen Sie abschließend Ihr Gerät mit einer Antivirenanwendung. Die oben genannten Schritte sollten dieses Problem lösen. Wenn Sie immer noch Probleme haben, hinterlassen Sie einen Kommentar, indem Sie auf Ihr Problem hinweisen. Bluetooth stellt keine Verbindung zu meinem Samsung Galaxy A15 her. Ist Ihre Bluetooth-Verbindung getrennt? Wenn Sie Bluetooth einschalten und eine Verbindung zu anderen Geräten herstellen? Wenn ja, führen Sie die folgenden Schritte aus. Wie behebe ich ein Bluetooth-Verbindungsproblem beim Samsung Galaxy A15? Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät nicht im abgesicherten Modus läuft. Dieses Problem kann aufgrund von OTA-Updates auftreten. Überprüfen Sie daher, ob ein Update verfügbar ist. Wenn Sie Änderungen an Ihren Bluetooth-Einstellungen vornehmen, stellen Sie sicher, dass Sie die Standard-Einstellungen wiederherstellen. Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät für andere Telefone erkennbar ist. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Telefons für einige Minuten aus und dann wieder ein. Entfernen Sie alle zuvor gekoppelten Geräte vom Samsung Galaxy A15 und prüfen Sie, ob das Problem behoben ist. Mit den oben genannten Schritten stellen Sie sicher, dass Ihre Bluetooth-Verbindung stabil ist und einwandfrei funktioniert. Der Bildschirm ist gesprungen und die Touch-Funktion funktioniert beim Samsung Galaxy A15 nicht. Wenn der Bildschirm Ihres Samsung Galaxy A15 kaputt ist und Sie auf Daten zugreifen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus. Wie greife ich auf Daten zu, wenn die Telefonberührung auf dem Samsung Galaxy A15 nicht funktioniert? Mit einem USB-Kabel können Sie Ihr Samsung Galaxy A15 an Ihren Computer-Laptop anschließen. Auf diese Weise können Sie problemlos auf alle Ihre Daten zugreifen. Wenn Sie Ihre Daten auf einer Micro-SD-Karte speichern, entfernen Sie diese und legen Sie sie erneut ein. Überprüfen Sie, ob das Problem dadurch behoben wird. Das Problem könnte ein fehlerhafter Anzeigesensor sein. Überprüfen Sie es und ergreifen Sie die erforderlichen Maßnahmen. Wenn Sie Apps auf Ihrem Telefon nutzen möchten, können Sie ein OTG-Kabel verwenden. Schließen Sie Ihre kabellose Tastatur und Maus an. Auf diese Weise können Sie wie auf einen Computer auf Ihr Telefon zugreifen. Sie können die oben genannten Schritte ausprobieren. Wenn Ihre Touch-Funktionalität nicht funktioniert. Ich hoffe, dass Sie die oben genannten Schritte nützlich und praktisch für Sie finden. Wenn nicht, hinterlassen Sie bitte unten einen Kommentar, in dem Sie Ihr Problem beschreiben. Problem mit der WLAN-Verbindung oder geringe WLAN-Reichweite auf dem Samsung Galaxy A15. Wenn bei der Nutzung von WLAN eine langsame Internetgeschwindigkeit auftritt, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um dieses Problem zu beheben. Wie behebe ich ein Problem mit der WLAN-Verbindung auf dem Samsung Galaxy A15? Manchmal können schlechte Wetterbedingungen die Ursache sein. Dieses Problem kann häufig bei Regen oder schlechtem Wetter auftreten. Überprüfen Sie Ihr Modem, wenn ein Problem vorliegt, oder setzen Sie die Einstellungen zurück. Sie können versuchen, Ihren WLAN-Router mehrmals ein- und auszuschalten. Stellen Sie sicher, dass Sie sich nicht außerhalb der Reichweite Ihres WLAN-Routers befinden. Dies ist eine häufige Ursache für WLAN mit geringer Reichweite. Schalten Sie den Flugmodus Ihres Samsung Galaxy A15 für zwei bis drei Minuten ein und schalten Sie ihn dann aus. Überprüfen Sie nun, ob das Problem behoben ist oder nicht. Überprüfen Sie abschließend, ob Sie die maximale Bandbreite Ihres gesamten Plans genutzt haben. Wenn Sie die oben genannten Schritte ausgeführt haben und das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, eine Verbindung zu anderen WLAN-Verbindungen herzustellen. Wenn das Problem bei einem anderen WLAN-Netzwerk genauso auftritt, bringen Sie Ihr Telefon zu einem Service Center und lassen Sie es reparieren. Problem mit dem Mobilfunknetz oder den mobilen Daten auf dem Samsung?